Karl, der Transformer-Truck Hallo Ethan, was ist los? Du siehst krank aus. Bist du in Ordnung? Du musst unbedingt eine Pause einlegen. Aber sie bauen doch gerade die neue Brücke. Sie brauchen deine Hilfe. Oh, schau nicht so betrübt, Ethan. Ist schon in Ordnung. Wir fragen Karl, den Transformer-Truck. Er kann dich für einen Tag ersetzen. Du machst Pause und ich hole ihn. Hey Karl, Ethan ist krank heute und sie beginnen doch mit dem Bau der neuen Brücke und ohne ihn können sie nicht anfangen. Wir brauchen deine Hilfe. Hast du Zeit? Großartig, dann wollen wir mal. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? Na klar, ein Kipplaster. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Perfekt. Du siehst fast so aus wie Ethan. Auf geht es zur Baustelle. Da gibt es eine Brücke zu bauen. Schau Karl, Charlie, der Kran wartet schon. Also, diese Quader müssen auf die andere Seite bewegt werden, Karl. Das läuft ja super, Karl. Na, dann bring deine Ladung mal rüber. Oh, du weißt nicht genau, wo du sie abladen sollst, Karl? Keine Sorge, ich zeig dir wo. Auf geht's. Ja, gleich da vorne die erste links. Siehst du da vorne? Dort muss deine Ladung abgeladen werden. Es sind nur noch ein paar übrig. Das läuft ja wie am Schnürchen. Dann rückwärts ran und ausladen. Perfekt, Karl. Und wir sind fertig. Großartige Arbeit, Karl. Vielen Dank für deine Hilfe. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Bis bald. Supertruck. Es ist Weihnachtsabend und alle Bewohner von Car City freuen sich auf den Weihnachtsmann. Wartet mal. Wer ist das? Ist das nicht? Könnte das? Das kann doch nicht er sein, oder? Oh nein, ich glaube, er hat Schwierigkeiten. Oh nein. Jetzt kann nur noch Supertruck Weihnachten retten. Karl, es ist ein Notfall. Der Schlitten vom Weihnachtsmann hat eine Panne. Ohne dich gibt es kein Weihnachten für Car City. Du gehst besser schnell in deine Höhle, um dich zu verwandeln. Und dann wieder nur noch um Immersebeten. Ich bin jetzt nicht möglich. Ich bin jetzt zweimal. Ich bin jetzt gern ein Acht. Daniela, ich bin jetzt ein Ohr. Ich bin jetzt ein Achtung. Weißt du schon, in welches Fahrzeug du dich verwandeln wirst, Karl? Wow, du bist der größte und strahlendste Schlitten, den es jemals gab, Supertruck. Wow, Supertruck, sieht so aus, als wären das eine Menge Geschenke, die so schnell wie möglich verteilt werden müssten. Sehr gut, so ist es richtig. Da ist Toms Werkstatt. Da ist die Startbahn, das ist der Flughafen. Sieht so aus, als wären Penny und Hector sehr brav gewesen dieses Jahr. Wir sind beim Krankenhaus, da ist Amber, sie schläft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die kleinen Autos sind bestimmt ganz aufgeregt, wenn sie ihre neuen Schaukeln sehen. Großartig gemacht, Supertruck. Du hast eine Menge Einwohner von Car City sehr, sehr glücklich gemacht. Und einen Einwohner ganz besonders glücklich. Tschüss alle zusammen, ich wünsche euch schöne Ferien. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017